Aus dem Alltag eines Streifenpolizisten. Der Kerl vor mir ist wortwörtlich mit einem kmh unterwegs. Dabei darf man hier 30 fahren. Und er ist locker 100 Jahre alt, der sollte überhaupt nicht auf der Straße unterwegs sein. Als ich ihn angesprochen habe, hat er nach mir geschnappt. Keine Ahnung, was sein Problem ist. Komm schon, Opa, ich muss noch wohin. Jeder fährt langsam, wenn die Polizei hinter dir fährt. Darum bin ich nie pünktlich.